Wie hat dir der Urlaub gefallen? Der war toll, der Urlaub. Ja, war ein toller Urlaub. Wir sind gekommen, es hat geschneit. Dann war minus vier Grad. Haben wir den Ofen angemacht. Und nach vier, fünf, sechs Tagen ungefähr, haben wir dann super tolles Wetter gehabt. 28 Grad. 28 Grad. Ja. Vier Jahreszeiten und zwei Wochen. Jetzt haben wir vier Jahreszeiten und zwei Wochen gehabt. Und jetzt mal wieder auf dem Rückweg. Das ist sehr schön. Das ist jetzt im Moment ganz oben auf den Bergen. 22 Grad. Meine Co-Pilotin, Madame. Co-Pilotin? Genau, meine Styradöse. Bisschen krank. Du bist doof, hör auf.